Ruhe in Frieden. Dein Tod wird gerecht werden. Was ist hier geschehen? Ein Angriff schlug fehl. Wir trafen auf mehr von Kausantins Pikten als erwartet. Die Reichen haben immer mehr. Sowohl Geld als auch Späre. Meine Männer waren nicht bereit. Wir wurden überrascht. Doch es ist noch nicht vorbei. Sie wissen, dass ich noch lebe. Noch mehr Pikten! In die Schlacht! Die Geister meiner Männer sind bei mir und mein Geist ist bei Ihnen! Du verdammte Scheißhaufen! Wir töten alle Könige! Selbst eure! Wir verfolgen den edlen Schlant, in dem sie geboren wurden! Barsch! Die Gefahr ist gebannt. Was für ein Kampf! Der Piktenkönig Kausantin wird morgen einen leisteren Geldbeutel haben! Danke für die Hilfe! Ähm... Nenn mich Eivor! Rhys der Name! Rhys Sheerwin! Weißt du, wir könnten noch jemanden wie dich in unserer fröhlichen Bande gebrauchen! Dank uns werden die Armen reicher und die Reichen ärmer! Wir haben ein Versteck in den Weltern! Komm doch mal auf ein Elf vorbei! Vielleicht! Gut! Dann bis zum nächsten Mal! Mein Versteck im Wald! Klingt spannend! Oh nein! Aber weißt du, wir halten Sie wieder ab. Ch Lass dieses Jahr! Also selected Sie beachten! Das war die Warnings. Vielen Dank.